Ah, jetzt kam hier das hier. Genau. Oh, fuck. Wo war die scheiß Bombe? War die Bombe hier? Ja, hier war die Bombe. Hier war der Trank. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich die richtige Seite aufgemacht habe. Ja. Sehr schön. Ich dachte schon, ich werde nicht an den Pilz drankommen, weil das da oben zu war, aber anscheinend war das Spieler sehr nett zu mir. Schnell rein. Okay, Boss-Time. Wegen Birdie again. Wov' machst du denn jetzt? Komm, schieß mal! Ja, jetzt schieß. Könnte ich den nämlich immer aus dem Screen rauslocken. Dann schießt er nämlich nicht mehr. Ich bin schlau, ich weiß. Nein, nicht das nehmen. So. Aufmachen. So. Okay. Eine Münze. Na, das war's dann mal. Schade. 3-3. Was war das für ein Level? Ach. Ha! Diesmal habe ich den Richtigen genommen. Nein, ich habe den scheiß Pilz nicht bekommen. Lass mich hier alle in Ruhe. Es kann doch nicht sein, dass ich den Pilz nicht kriege. Pau! Naja. Eine Münze. Und die Shell war sehr passend. War sehr gut. Und mein Herzchen, was ich nicht brauchte. Okay, ne, holen wir uns wieder den Pau-Block. Ich mag das Wort irgendwie. Sterbt! Ha! Den scheiß Schlüssel holen. Ich glaube, Peach ist hier echt die einfachste, mit der man das machen kann, weil die halt dieses Schwebefunktionen gedöhnt hat. Was sehr praktisch ist. Was ist das? 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 Oh, leck mich, ey. Wow. So. Ich geh jetzt einfach hier in die Tür. Gucken, wie das hier so aussieht. Vielleicht ist das ja hier ein bisschen einfacher, auch wenn's vielleicht was länger ist. Momentan sieht's ja... ...kommt man hier doch nicht hin. Ach man, das ist doch kacke. Ich muss doch wieder runter. Ach man, jetzt hab ich gedacht, es gibt ja noch so einen anderen Weg. Aber Nell! Fickt euch alle. Diese Leitern, ne? Mh! Mh! Der Power-Block ist natürlich weg. Ah, das hab ich ganz gut gemeistert grad. So. Also muss ich da wieder hoch. Ich will da aber nicht hoch. Weil es so ätzend ist. Wie war das eigentlich mit dem Schlüssel wegschmeißen? Verschwindet der Geist dann? Ich hab dann irgendwie Schiss, dass ich den komplett verzappel. Ich habe ja so gedacht, wie das habe. Das war's. So, ich bin wirklich sehr ак stacked. Mit mir schèces? Däessential Dentin. Jetzt... Jetzt aber ich weiß, wie ich ja keine Ahnung. Heantic genauer nochILrecker oder Soleil zu sein jen- Mann! Was soll ich denn da machen, ey? Ich hasse dieses Level. Das ist der übelste Kackreiz, den man sich überhaupt vorstellen kann. Mann, spring doch mal, du dumme Bitch. Fixer! Aja, Aja! Ich hoffe mal, hier ist ein Speicherpunkt, ey. Mega ätzend. Fuck, Alter. Diese Rutscherei hier, ne? Oh Mann, das ist so toll, dass man den da oben sieht, was der da da ist, ne? Da, 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 da. Hat er eben auch da, der eine? So. Wow. Kann man hier weiter hoch? Nein. Gut. Und dann geht man hier in die Tür. Hoffentlich wieder ein Speicherpunkt. Ah, jetzt weiß ich... Wo kommst du denn her? Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Bin ich unter dir langgegangen. Fickt euch. Nein! Ich weiß nicht, warum ich so Probleme mit der Dreierwelt habe. Vielleicht einfach, weil die mega scheiße ist. Das kann natürlich sein. Ist möglich. Das ist abprallscheiße, ne? Ich weiß nicht, warum ich so Probleme mit der Dreierwelt habe.